guten morgen guten morgen ich bin nicht mehr im hostel sondern ich habe mich in einem apartment eingemietet die besitzer die lange wochenende so gesehen verreist also ich bin hier knapp eine woche als kleine aufgabe so gesehen habe ich einen hund auf den ich aufpassen muss und das ist die bounty wie ein husky collie irgendwas mix unfassbar süß wirklich wirklich cooler hund und mit ihr werde ich jetzt gleich an den strand gehen hier gibt es so eine kleine bucht da sind hunde nicht unbedingt erlaubt aber das laufen ganz viele runde kommen gut mir gesagt und da werde ich jetzt gleich mit ihr vorbeilaufen was haben wir denn hier auf meinem schuh ein blatt ein lebendiges blatt so endlich am strand angekommen mal gucken ob bounty ins wasser geht ist ein bisschen wasser scheu aber ich hoffe bauti komm komm wird gesagt du magst klettern ja du magst klettern ein kleiner kletterpark für runde mega cool hier zwischen den ganzen felsen eine beruf mega cool hier total geil mega cool total geil total geil schutzilein komm ja fein besser ob hier geht es runter weee hehehe Das ist eine kleine Wasserratte, oder auch nicht, das ist eine Wasserschei, wa? Also das Wasser ist schon ein bisschen kalt, aber es ist wirklich erfrisch, megaschön. Das ist eine kleine Wasserratte, oder auch nicht, das ist eine kleine Wasserratte, oder auch nicht, das ist eine kleine Wasserratte. Bounty und ich, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach Hause. Hier ist so ein kleiner Bach, so eine kleine Quelle, und Bounty legt sich einfach mal schön da rein. Bounty, sag mal hallo. Genießt du das Wasser? Ja? Genießt du das Wasser? Ja. Da kann man das Meerwasser. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause mit Bounty. Bounty, sie wollte den Beach gar nicht verlassen, hat sich jetzt irgendwie 500 Meter noch richtig gesträubt dagegen. Sie wollte einfach nur wieder zurück, jede Sekunde genutzt nach hinten zu gucken. Aber jetzt so langsam traben sie hinter mir. Und spielen wieder ein bisschen. Wim! Ja. So. Das war's von heute so gesehen. Ein Beachwalk mit der Bounty. Bis zum nächsten Mal. Jungen? Ja. Jungen? Ja. Bis zum nächsten Mal.